Es ist wichtig für uns, gerade nach den letzten Wochen, dass wir auch gut gegen den Ball arbeiten, dass wir aktiv bleiben, auch wenn wir den Ball mal nicht haben. Wir können ja auch nur eins machen, sowohl vom Trainerteam als auch von der Mannschaft können uns auf die Spiele vorbereiten. Das machen wir auch. Wir müssen versuchen, die Spieler weiterzuentwickeln. Das ist auch eine Aufgabe von uns. Das machen wir auch. Daran arbeiten wir. Die Situation, wie sie jetzt aktuell ist, ist sicherlich keine Situation, die man sich generell wünscht, aber die nun mal so ist. Der Verein ist darum bemüht, gerade in Person von Clemens und von Frank, die Sachen auf den Weg zu bringen. Wir versuchen uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren, die wir beeinflussen können. Alles andere liegt jetzt gerade momentan auch nicht in unserer Hand und ist auch nicht unsere Aufgabe. Und das ist auch wichtig, dass wir wissen, was unsere Aufgabe ist. Wir haben die Möglichkeit, mit Grosso auf der Sechs zu spielen. Wir haben die Möglichkeit, mit Rapp auf der Sechs zu spielen. Wir haben die Möglichkeit, mit beiden zu spielen, um vielleicht mal eine Doppelsechs zu spielen. Wir haben die Möglichkeit, vielleicht sogar Manu ins Mittelfeld zu holen, weil er ja auch im Ursprung ein defensiver Mittelfeldspieler ist. Es bedarf halt dann auch immer einer gewissen Rotation und das ist natürlich dann auch immer zu Lasten des Eingespieltseins. Und ich glaube, dass wir aber die Möglichkeiten auf jeden Fall haben und da immer wieder reagieren können. Es geht jetzt nicht nur um einen Spieler. Ich glaube, da sind jetzt auch alle gefragt und auch wenn sie junge Spieler sind. Aber ich glaube schon, dass wir von ihnen auch erwarten können, dass sie auch da ihre Leistung abrufen. Wir haben ja einen Mannschaftsrat bestimmt und der Mannschaftsrat ist danach bestimmt worden, nach den Abstimmungen, nach der Anzahl der Abstimmungen auch die Reihenfolge der Kapitäne. Und im Mannschaftsrat war natürlich logischerweise Maxi auch drin und das wird jetzt durchrutschen im Prinzip bis auf den Nächsten und dann wird der Nächste der Kapitän sein. Ich glaube, dass Grosso dann der Nächste ist, wenn er spielt. Und dann ist der Nächste Fülle, wenn er spielt. Dann wird es eng. Aber wir werden einen finden. Karlsruhe hat sieben Punkte. Karlsruhe hat gezeigt, dass sie in der Liga richtig gut unterwegs sind, dass sie eine Mannschaft haben, die dementsprechend auch Fußball spielt, haben mit vorne mit Hofmann einen Spieler, der ihr Zielspieler ist, den sie auch immer wieder suchen und haben dazu noch Spieler, die auch Spiele entscheiden können. Es ist wichtig für uns, gerade nach den letzten Wochen, dass wir auch gut gegen den Ball arbeiten, dass wir aktiv bleiben, auch wenn wir den Ball mal nicht haben und dass wir selber eine gewisse Torgefahr dann auch während des Spiels immer wieder zeigen, um auch dem Gegner zu signalisieren, dass wir in der Lage sind, Tore zu machen. Also das ist die Aufgabe. Natürlich ist es auch unsere Pflicht, uns mit Angeboten, mit seriösen Angeboten zu beschäftigen und dann eben auch abzuwägen, was für uns Sinn macht. Aber Fakt ist, dass wir nicht mehr gezwungen sind, jetzt unmittelbar so verkaufen zu müssen. Er ist ein sehr interessanter Spieler für uns. Wie gesagt, wir hatten einen guten Austausch, gutes Gespräch. Für ihn war es einfach auch wichtig, mein Gefühl für Bremen zu bekommen. Und ja, wir sind nach wie vor in einem guten Austausch. Aber ansonsten kann ich da jetzt noch nicht viel mehr vermelden.